Hey Callahan, es ging in die Hose, tut mir leid, aber man soll nie aufgeben. Ich hab dir doch gesagt, du Würstchen, vorheizen auf 180 Grad, hast du gehört? Dann nimmst du 5 Eier und Mehl, dazu gute Butter, nicht sparen damit. Dann alles gut kneten, richtig gut kneten und dann ruhen lassen. Hast du verstanden? Denk an meine Worte, wenn du das nächste Mal backen willst.